Wir sind heute in der Altstadt von Zürich und wir filmen unseren Imagefilm für den VWSA Zürich, im Verband der Schweizer Assistenz und Oberärzte in Zürich, wo wir uns für ihre Anlegungen umsetzen. Der ganze Vorstand ist super vorfreudig für dieses Projekt, das wir heute umsetzen dürfen. Die Hälfte vom Morgen stören. Wir hatten bereits drei Gruppen bei uns, wo wir jeweils Statements für eine Social-Media-Kampagne aufnehmen und dann auch noch Gruppenaufnahmen für einen Imagefilm machen. Letzter Standort vor dem Mittag, wir sind hier an der Limatunde, ein wunderschöner Platz. Jetzt kommt dann gerade die ganze Gruppe für eine Gruppenaufnahme, bevor wir dann zusammen zum Mittagessen gehen. Es läuft tiptoff! Das ist jetzt 5-4 Uhr. Wir haben die ganze letzte Szenen abgedreht. Laut Trauplan setzen wir am 4 Uhr fertig sein. Wir meinen, dass es nicht so schlecht ist. Wir haben die ganze Zeit geplant. Jetzt heisst es noch zusammenräumen, dann zurück nach Luzern nach Hause fahren und dann noch ein wenig Wochen angeniessen. Ich mache hier eine Aufnahme vom Turm. Nummer 5-4 Uhr. Nummer 5. Nummer 6.